Musik Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin QLP100, der mit der Zahl in den Laden Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zu Ease Origin Ich spiele nämlich Ease Origin, wo wir Origin niesen Und uns dann die Nase putzen Nach dem Niesen, versteht ihr? Hahaha, weiter geht's Ich habe gemerkt, dass ich es gerade zweimalig geschafft habe, ohne meine Superpower auszulösen Einfach ins Menü zu gehen Das ist ja auch schön, ne? Wee Hey, können wir die anziehen? Jetzt hätte ich fast schon wieder Dreiecke gedrückt Ihr werdet es mir nicht glauben Defense plus 6 Wuhu Riga bla bla bla, okay Jetzt kommt bestimmt gleich eine Plattform, wo ich hier... Nein! Oh! 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 Okay, er blockt zwar hin und wieder, aber wenn man da einfach weiter draufkloppen hört, er hat er irgendwann auf den Blocken Das ist ziemlich stupid Um ehrlich zu sein Hallo! Okay, manchmal haut er da noch einfach zu und das macht uns Aua Boah, das ist natürlich auch nicht schön Jetzt stirb halt Oh, es geht wieder Zauberer Oh nein, nein Respawn Ich trottel Wuhu Okay Äh, der Skill ist halt doch nützlich, ne? Zauberer sind böse Die machen jetzt schon drei Discs Yes Yes Wee Und stirb So Niemand kann uns das Wasser reichen Niemand Gar kein einziger Wee Oh, weh Er einfach sich so dahin beamt Dann Hallo, ich bin auch hier Stirb Hallo Zauberer Solltest das mit diesem wegbeamen, könnte dir echt ein Vorteil brauchen Aber du nützt es einfach nicht aus Trottel Okay, dieser Sprungangriff, der bringt's, weil der dir nämlich Stunt Das ist eine dumme Fledermaus hier Guck dir das an Yeah Vampire Hunter Twilight, stirb Okay, betäuben und drauf einschlagen Das ist Die Strategie bei den Viechern hier Obwohl, eigentlich braucht man so richtig, braucht man eigentlich keine Strategie Geht aber drauf Ah, das ist jetzt wahrscheinlich die andere Seite Schön, Gott sei Dank bin ich zuerst hier rüber gegangen Wenn's hier irgendwann anfängt mit Zeitschlössern, hab ich echt ein Problem Da bin ich ganz schlecht drin Genauso wie eigentlich in allem, was Videospiele angeht, die ich schlecht drin bin Außer in der Geschichte verfolgen Da bin ich gut drin Ich versteh meistens immer gleich Alles, weil ich einfach genau zuhöre Hallo Uh Bum, 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 bum Oh, neues Stockwerk Sind wir jetzt in einem neuen Stockwerk? Genisch, halte ich aus, die Spannung streckt ins Unermessliche Nichts, geht Hallo Ich bin, ich bin neu an dem Stockwerk Seid lieb zu mir Alter, wenn du jetzt hier aufhörst, wegzuflattern Ey, Alter Ja, fliegen da durch die Tür, dass ich wieder in den anderen Abschnitt zurücklaufe Arschloch Ohne Witz, ey Krass Okay, die bewachen auf jeden Fall hier die Tür, deswegen leuchten die ja schon wieder so rot Und eine Statur Aber ich glaube, durch diese Tür werden wir gleich nicht gehen dürfen, bevor wir nicht zu Vater Shion gelaufen sind Die macht bestimmt einen neuen Stockwerk auf Aber bestimmt Geht mich aus bei so was Beziehungsweise dieses Kreuz sieht mir sehr priesterhaft aus Vielleicht muss er sogar diese Tür aufmachen Das können wir natürlich auch vorstellen Kabims Crystal power beautified the demon statue What will you do? Please select a blessing Oh, wir können uns zwei leisten, wenn ich das hier, oder wir nehmen die... Nee, eine Das ist 1005 Nee, kann man nicht Aber dann immer wenigstens strengthen current leggings In exchange for the specified amount of... Ah, das geht ja schon Gut, dann aber das gestrengthen... Äh, nee Okay, äh, an Äh, safe Äh, gesaved Hervorragend So Bis diese Tür wollen wir gehen Doors tightly sealed Seems to require a very particular sort of key Ah, ja Aber das deute ich jetzt mal so Wir sollen jetzt hier weg, ne? Ähm Booze, Armour Battleaxe Relevant Ach, nee, Inventory Was war das, der Kristall war's, ne? Use this item Yes Tower Oh, haben wir wieder Stockwerke Guckt sich das einer an Herzhaft Ähm, wir haben die im Towerbase, ne? Oh nein Ach Gott, ich hab schon gedacht Hallo, Vater Sion Ramona und Roy Are reputed to be First-class knights In spite of their young age I'm certain that Dino Will okay the others soon as well Once everyone is assembled We can begin the search in earnest There sure to be many difficult trials ahead I was just taking this time To prepare yourself for body and soul For what awaits Das machen wir doch die ganze Zeit schon Ey, ist das jetzt Äh, äh, äh Ey, Scherze What the will you do? Nothing right now Ey, nö, jetzt what? Müssen wir da doch noch weitergehen? Ähm, gehen wir halt da wieder hin Dass dieses Stockwerk schon Beast Chamber heißt Äh, beunruhigt mich arg Aber gut Dann gucken wir uns halt hier noch ein bisschen um Wenn der nicht mit uns sprechen will Lalalalalala Ich finde sie wird total trollig Dieses Mädchen Was ja auch auf, auf, hübsch und so gemacht ist, ne? Diese fetten Axt im Gesicht Ah, Anime Ah Love it Hey, hau dir Hau dir Level App Eine Level App Die gibt's im App Store Lass dich totschlagen Lass dich auch totschlagen Ihr müsst euch alle totschlagen lassen Das ist das Geheimnis an der ganzen Sache Genauso wie das Wasserding hier Oder was auch immer das ist Hey du Bam Ähm Ist hier noch was bei dir? Ne, war Die es abgeblockt hat Und ich bin gegen die Vase geflogen Und hab die Vase zerbrochen Das ist mal ein brutaler Moment gewesen Ah ja Jetzt fällt mir was ein Hier war ja noch diese Tür, ne? Seht ihr das? Wenn ihr nicht einfach sterben wollt, dann muss ich euch zu Spuren bewegen Oh, ich glaube ich weiß, das macht die Tür W-w-w-what the heck is this? Gives me the creeps But it looks like it's part of a larger relief So Maybe it's some kind of key Ha ha What? Oh my god Oh Ihr dreckigen Shifters So 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 schwer war's da gar nicht Aber ich bin, äh Hab sehr viel Energie verloren Hallelüche So will ich eigentlich nicht in die Beast Chamber Brr Huh Wir müssen mal Heilung fallen lassen Ich muss mich heilen hier Leute, versteht mich doch irgendwo Ohne Brille Muss doch möglich sein Zehner, geht doch Diese Magier müssen unbedingt immer zuerst weg Die sind fies Seht ihr, wie bei den Großen, wenn er zuhauen will, immer veräßen Einfach über ihn drüberspringen und so Und dann ist er überfordert Dumme Kuh So, Monster Du bist unser Witz Ah ne, die Fledermäuse kommen ja nicht Die waren ja so Gatekeeper, ne Dann bleiben die mal bloß einmal Ah ja Ah ja Dann speichern wir nochmal Und dann Nein Ich bin ein Sack Oh Oh, Gott sei Dank Es ging aus Dadurch, dass ich Zum Speicherpunkt gegangen bin Nein, es ging nicht aus Wir machen schnell die Tür auf Oh Mann Das hätte ich bestimmt gebrauchen können Bestimmt ein Boss Hallo Hallo Ah, sie geht auf Die Spannung Was ist, Kinder Was ist halt Oh, Beasts Oh 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 Große Plattform Oh oh Hallo Sautan Hallo Sautan Sautan Was ist das Was ist das Ging es nicht Oder was Oh ho 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 Holy crap Is that one of those huge demons that attack these Oh my god Wie rumzappelt? What do I do? I'll never be able to beat this thing. No scratch that, I'll beat it. I have to... Lady Fia, Lady Ria. Please grant me your blessings. And dad, please give me the strength to do this. Yes! Oh, oh, oh. Nicht treffen lassen. Nicht treffen lassen. Aha, du Drecksel. What? Oh mein Gott, das wird aber schneller! Oh oh, oh oh! Oh oh! Nein! Ey, wir können doch echt hochlaufen, ist ja krass! Wow! Oh oh, oh oh! Diese grünen Viecher, die kleinen, die sind bestimmt nicht gut für die Gesundheit. Oh mein Gott, der heilt sich mit den Käfern! Oh mein Gott, wir müssen die Käfer mit kaputt machen, sonst heilt er sich! Wie krass ist das denn? Ich mach dich kaputt, Hunde! Yes! So, und jetzt kriegst du es aber! Fight! Nigger! Ah, wir können auch über die Blasen drüber springen, das ist eine gute Erkenntnis! Ah, nix gefunden, nix gefunden! Oh oh! Oh oh oh! Oh oh oh! Oh! Du stirbst! Oh mein Gott, den Boss haben wir unter Kontrolle! Den haben wir unter Kontrolle! Nein, 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 nein! 장난ion, nicht, nicht, nicht! Boah! Ophaht! Ha? H-ha-ha! Gregso! Da ist nicht gekozen! Ist Ты nicht gelaufen? Na 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 na! Ha, 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 ha. Schlagze ins Gesicht, guck's dir an. Oh, jetzt. Unsere Chance. Unsere Chance. Yes. Nein. Oh, oh. Ha, 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 ha. Komm schon. Du musst sterben. Wir machen den fertig. Wir machen den halt fertig. Yes. Das ist jetzt, weil der sich wieder heilen. Macht da aber nicht. War mal viel zu stark. Oh, 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 oh. So, Feierabend. Das war ja mal am First Strike. Hulzing, Hulzing. Ha, ha, ha. Ah, Freude. Gibt mir sofort ein Upgrade oder sowas. Level up, yes. Wie the hell did I survive there? Das war... Intens. Es war schon ziemlich intens. Obwohl ich jetzt... Ich hatte den ersten ein bisschen schwieriger im Ding. Obwohl er eigentlich nicht schwieriger war. Weiß nicht. Den hier fand ich jetzt echt unterhaltsamer. Weiß auch nicht, warum ich so gleich gecheckt hab, wie man den besiegt. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall verschieben wir das nächste Zeug alles in den nächsten Part. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt bei East Origin. Es war ein cooler Bosskampf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Selbstverständlich. Ich bin Co-AP hier in 100 Metern Zeit. Und ich sag... Tschüss und bis dann. Tschüss und bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020